moin moin leute und herzlich willkommen hierzu eine runde heroes and generals habe ich mich jetzt spontan für entschieden wieder eine runde zu zocken auch wenn ich jetzt viele ballerspiele mäßig anspielen so warum fährt er hierhin ich habe einfach lexus und geht nicht mehr muss ich ehrlich sagen sagt man ja eigentlich nicht so aber ich mag dies und ich bin ja nicht so wie so gewisse andere youtuber und die dann war ich hab den besten pc war mal hier gucken wir einfach mal wie das nein ok der hat mit granaten gekillt wird leider nur ein gewehr mit deswegen kann ich da nichts machen also nichts wirklich daran ändern ich bin auch nicht der beste in diesem spiel also ich bin nicht der beste in allen ballerspielen ich spiele eigentlich meistens eher so aufbauspiele und sowas war es leer ein schuss löcher auf mich ich habe leider kein geiles visier da ich habe gesehen irgendwo da ich noch wünsche euer schutz könnte auch ein bisschen versuchen die zum laufen btf ist der weg ist der weit weg geflogen bei der hinten war irgendwo noch jemand deswegen müssen wir ein wenig gucken ausspielen man muss halt so ein bisschen geduld haben eigentlich das recht in diesem spiel aber das ist ja auch nur so eine so eine kleine map da habe ich da gerade jemand gesehen die kriechen einfach immer hier durch nein spaß wir raschen mal so ein bisschen ich habe mir ein bisschen die grafik höher gestellt fangen die granaten jetzt habe ich nun leider keine money mehr er hat nur einen kopfschoss kassiert also hier warum auch nicht es war eine sehr kurze runde da unser team die ganze zeit am durchcappen war wir laufen mal wieder um ja wir umlaufen sie wieder so wie eben immerhin ich habe ein paar kild das heißt ein paar ich habe kild 2 2 tode 2 killed oder ich habe kein kill gekriegt an die das in eroberungspunkte ok denn hat es doch klappt naja das war es hier vom video wenn es euch gefallen hat das doch einfach mal ein daumen nach oben da sollten kurzes video für heute und ja keine ahnung bis an heute